Robin Hack steht bei Borussia Mönchengladbach wieder im Fokus und Trainer Gerardo Seohane macht keinen Hehl daraus. Er erwartet mehr von seinem Spieler. Nach einem schwierigen Start in die Saison, der von Verletzungsproblemen geprägt war, hat Hack sich in die Stammelf zurückgekämpft. Seit dem siebten Spieltag steht er regelmäßig in der Startformation und hat damit wesentlich zu Gladbachs jüngster Erfolgsserie beigetragen. Drei Siege und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Ligaspielen sprechen für die aufsteigende Formkurve der Mannschaft. Doch bei aller Anerkennung für seine defensiven Bemühungen sieht Seohane Verbesserungspotenzial, insbesondere in Hacks Paradedisziplin, dem Torabschluss. In der vergangenen Saison war Robin Hack ein unverzichtbarer Bestandteil der Offensive und entwickelte sich nach der Winterpause zum torgefährlichsten Spieler im Gladbacher Kader. Mit zehn Treffern in der Rückrunde avancierte er zum Hoffnungsträger. Doch diese Qualität hat er in der aktuellen Spielzeit noch nicht unter Beweis stellen können. Ein Assist im Spiel gegen den FC St. Pauli markierte am vergangenen Wochenende seinen ersten Scorepunkt seit seiner Rückkehr in die Startelf. Seohane schätzt Hacks Engagement und seine defensive Arbeit, insbesondere im Zusammenspiel mit Lukas Ulrich auf der linken Seite. Doch das allein reicht dem Trainer nicht. Seohane betonte, dass Hack nicht nur defensiv überzeugt, sondern auch wieder offensiv gefährlicher werden muss. Es gehe darum, in den entscheidenden Momenten Zielstrebigkeit zu zeigen und die individuellen Qualitäten in Eins-gegen-eins-Situationen auszuspielen. Seine Königsdisziplin ist der Abschluss, stellte Seohane klar und richtete damit einen deutlichen Appell an den Spieler. Es sei wichtig, dass Hack sich wieder in die Position bringe, Tore zu erzielen. Dabei liegt die Verantwortung nicht nur bei Hack selbst, sondern auch beim gesamten Team, das die Voraussetzungen schaffen muss, damit er seine Stärken ausspielen kann. Der Trainer macht keinen Hehl daraus, dass er von Heck in den kommenden Wochen mehr erwartet. Es sei an der Zeit, dass der Spieler wieder an seine alte Form anknüpft und das erste Saisontor erzielt. Hacks Fähigkeit, Spiele durch seine Tore zu entscheiden, könnte in den nächsten Partien entscheidend sein, insbesondere angesichts des engen Rennens um die europäischen Plätze. Die Konkurrenz schläft nicht und Gladbach benötigt jeden Spieler in Topform, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Die Worte von Seohane dürften nicht nur als Kritik, sondern auch als Motivation verstanden werden. Hack hat bewiesen, dass er in der Lage ist, in der Bundesliga den Unterschied zu machen. Jetzt geht es darum, diese Fähigkeiten erneut unter Beweis zu stellen und eine tragende Rolle im Gladbacher Angriffsspiel zu übernehmen. Die nächsten Spiele bieten die perfekte Gelegenheit, die Erwartungen des Trainers zu erfüllen und sich bei den Fans erneut in den Vordergrund zu spielen. Was denkt ihr? Wird Robin Hack die Herausforderung annehmen und in den kommenden Wochen wieder treffen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.